herzlich willkommen zu dieser neuen folge fami simulator 17 auf meinen kanal das ist die siebte folge und heute mit dem lieben zockerteufel so wie immer ich bin immer dabei ja klar ja genau ich werde zumindest ein feld ernten weil ich weiß nicht wie weit ich komme aber zumindest ein feld werde ich wahrscheinlich ernten können ja zockerteufel guckt dabei zu und wenn ich dann voll bin dann holt er das ab ja er hat heute einen leichten job sagen wir es mal so und ich sehe gerade mein fall ist auch schon gewachsen das heißt in der nächsten ja ja mein feld dran ich wollte schon mal darauf zwei folgen jetzt nur feld ab ernten soll man sich da freuen oder soll man nie mann okay also viel spaß medrische ich komme ich dachte ich sag gerade so gestürzt deine aufnahme beendet weil die positionslichter ausging bei dir hatte ich gerade angst nee 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 okay also wie gesagt ich stehe nur ein bisschen rum und ja bis gleich ja ich ernte mal bin jetzt kurz ein eis holen bis gleich ja ja verfressen sein ist so fies ich muss arbeiten weißt du und der ding musst du ja richtig machen was warum konntest du nicht ab ernten eben da ist noch weizen drinne dann bringt es erstmal in den anhänger ich ich ja 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 du willst anhänger her ja also so verfressen ist kein anderer ganz ehrlich lässt mich hier schuppen weiß und holt sich selber ein eis scheiße also ganz ehrlich das ist frech von ihm bringen nie wieder ein eis bb 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 komm jetzt so jetzt geht's aber los falls ihr den zockerteufel noch nicht kennt wir machen dieses projekt zu zweit heute ist die folge wieder bei mir gestern kam eine folge bei ihm ich hoffe ihr habt ihn nicht verpasst weil wer schade dies das kommt immer abwechselnd ich habe immer freitags er hat immer donnerstag sie folgen das ist jetzt seit ein paar tagen so ich glaube schon seit über einer woche aber paar tage ja ja wir produzieren gerade vor also falls irgendwas in die kommentare schreibt können wir das erst ein bisschen später lesen und darauf eingehen falls ihr tipps oder tricks habt und es zählt immer noch zum beispiel wie zockerteufel jetzt gerade da ist er hat nichts zu tun dann könnte er theoretisch fragen vorlesen schreibt immer unter das neueste video und eure fragen an uns schräg schräg mich schräg schräg teufel dann können wir auf die fragen an so lehrzeiten gerne eingehen denn ja manchmal will man ja was wissen ist vielleicht besser jetzt holt er sich alles mitten in der aufnahme ich glaube auch weißt du und ich und ich an mich denkt keiner hallo lieb ich bin wieder da ja 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 hast du mir auch eins mitgebracht ne leider nicht dann sagt mir wenigstens was für eins du hast so ein komisches kaktuse ist da wieder aber billig version aha nicht mal das originale prickelt es schön nee warte warte das ist sogar die originalversion ich habe gerade die ganze zeit über dich gelästert ja ja werde ich eine aufnahme dann hören ja ja was du machen könntest guck mal unter die videos ob da fragen unterstehen ach so das ist du jetzt gerade gesagt oder ja ja also ich guck mal gerne nach ob jetzt kommentare eigentlich schon haben ja mal guck denn auch gott ich werde auf das kotze zugespannt och tom ich schmeiße dich raus hier aus dem channel was was ist ja tom ist im channel und wehrt mich die ganze zeit zu und hat gesagt kaktuse ist er ist drin ja wer kann nicht reden er hat keine talkpower hier können doch nur zwei rein ja auch aus der aufnahme jetzt warte mal ich muss gucken eigentlich ist dürftest du nicht reden können laut dem klaus tom es ist gar nicht hast ane stimmt was den du hast den mietüber ran dessen kannst du verbinden aber bitte wurde wo ist er denn jetzt ich bin mal gleich wieder da das ist schlimm jetzt verjagt er den auch noch töte ihn zocker teufel ist es bei euch auch so heiß 34,5 grad draußen ich gehe hier ein ohne ventilator also falls man ihn zwischendurch mal hört das ist nicht mehr menschlich hier so ja wie geht's also sei hier gut drauf schön entspannt meine folge gucken während ihr schwitzt oder was denkt ihr euch so bin wieder da hast du ihn schön den arsch versohlt nur ich habe nur gesagt er kann reinkommen weil er soll wenn dich oder mich richtig anschreiben also meine sonst hätte aus wenn aufnahmen laufen und so auch wenn es nur läuft bei mir bei dir weiß ich gar nicht ob das bei mir auch ja okay ich habe ja bald zwei bildschirme wenn ich das geld dafür habe deswegen werde ich es auch so sehen wenn ich angeschwimmen werde also wir haben schon irgendwas zu klitz gemeinsam ne warum nach dem urlaub bauen wir hier bei mir den zweiten bildschirm an ja ich hab noch nicht mal meinen zweiten bestellt ich will ja eigentlich mal einen zweiten haben also mit besuchen ich brauch den weil guck mal meinen leistungs muss ich immer den chat auf meinem handy haben ja moin ich hab immer raus ja das sieht aber kacke aus im stream finde ich ja finde ich auch ich hab meinen allerersten streams glaube ich auch gemacht äh aber ich mache es mittlerweile immer auf dem handy dann wenn würde ich es eh auf dem tablet machen ja ähm warte so das ist deswegen bräuchte ich halt meinen zweiten bildschirm dann kann ich nämlich mhm Discord auf dem bildschirm und äh den chat wenn ich irgendwie leistung und so ja und mein bzw. das streamprogramm halt gönn dir mhm 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 die mhm mhm sollten wir wieder da sein ich glaube ihr habt gerade kein sound oder doch habt ihr okay weiter geht's so zockerteufel ist jetzt weg also er ist noch da aber er ist jetzt nicht mehr in der aufnahme dabei nur am anfang war kurz dabei tut uns beiden leid aber er hat jetzt gerade keine zeit mehr vielleicht manche wissen dass er jetzt supporter geworden ist auf horstblocks.de und deswegen ist er halt manchmal jetzt nicht mehr da zum beispiel wir nehmen jetzt gerade halt auf und support ist jetzt gerade geöffnet worden und da muss er halt hin und deswegen ja schade aber aber vielleicht kommt er nachher noch mal rein kann ich aber auf gar keinen fall versprechen so lichtern und einmal abbernten ich würde sagen ich ernte mal ein bisschen weiter und dann mache ich mal jetzt kurzen cut hier ist ja vielleicht sonst ein bisschen langweilig so da sind wir wieder ich habe mal ein bisschen was weiter gemäht schaue jetzt meine schneise mitten durch ist immer ganz gut und weiß man ich nehme erst mal noch den teil und dann können wir weiter gucken oder so genau dann guckt auch gerne mal bei zockerteufel vorbei nächste folge ist dann bei ihm ernten ich weiß nicht ob das für euch gut oder schlecht ist ich finde ernten ist immer das beste noch aber ja geschmackssache für manche ist das let's play hier auch gar nichts für manche jedoch wiederum richtig geil also ich kann was wird das denn jetzt ich kann da nicht viel zu sagen er beobachtet uns auf jeden fall noch während wir hier alle noch arbeiten müssen und gönnt sich auch noch ein Eis ganz schlimmer ganz schlimmer finger ja dann würde ich sagen mich noch mal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich so dann sind wir hier rechts schon mal in der letzten reihe dann haben wir das gleich fertig dann muss nur noch das da das geht ja alles hier ganz schnell einigermaßen zumindest so zockerteufel guckt uns immer noch zu ihr könnt ihn übrigens auch marcel nennen so heißt er halt in real life ja eure entscheidung dann würde ich sagen mache ich noch das hier und dann sind wir fertig würde ich sagen bis gleich so ich bin jetzt wieder am letzten streifen dann lade ich es gleich noch aus und dann würde ich sagen war es das dann gleich auch schon wieder eine kleinere folge heute glaube ich mal gucken wie viel ich weg schneide wie viel nicht ja so fertig mit so der kann schon mal ausgefahren werden da gab es mal kleinen leck kann aber immer mal passieren fahr das einmal weg ja heute alles mal ohne lenkrad ich hoffe das geht um eine tastatur weil ich war heute zu faul anzuschließen dies das ananas so dass er da immer abbremsen muss kann man so schön schwung holen so dann würde ich sagen war es das mit der siebten folge farmys im leiter 17 mit dem lieben zuckerteufel der jetzt nicht noch mal schön sagen kann ich weiß es ist schade ich hoffe ihr habt trotzdem spaß gehabt und ciao tschau 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 tschau